mein cape weht im wind und wir gucken uns mal lecker die party so da wollen wir jetzt hin zu der party auf jeden fall ja da will ich hin und jetzt gibt es erst mal backenfutter aber vom feinsten ja schauen wir mal wie ich schlage was ich tue freunde na alles frisch ja ja gut ja darf ich jetzt rein hat hier ohne ende ja danke 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 super du danke okay genug gesäuert jetzt geht es rein nur ich hoffe ich kripp hier nicht ernsthaft ja joker warte mal ich will mal eben was gucken nein alles gut alles gut alles gut bist du aufgeregt wir haben die ganze nacht darauf hingearbeitet sagt mir nicht dass du dich nicht darauf gefreut hast ich schon ich war außer mir vor freude überraschung alle meinten immer ich solle zum fernsehen das willst du nicht verpassen echt das wird ein kracher 10 9 8 raus klingeln trotzdem ich hätte auch da stehen bleiben können ich dachte hier wird das abgeschwächt wird es nicht klingeling klingeling jetzt kommt der joker man klingeln ja klingeln sehr gut ach du scheiße ja jetzt muss ich dir auch mal überstehen hast du batman nicht gestoppt es war dein plan du alberner clown ich schicke dich zurück zu dem bauchredner wo du hingehörst die polizei dein freund und helfer aber so nicht du bist alles kaputt machen oder wehen zusammenschlagen scarecrow an croc verfüttern harley fertig machen was übrigens mein hobby ist und alle meine schönen wennen pflanzen ruinieren es ist vorbei joker vorbei wieso mein lieber vom wahn besessener dunkler ritter es hat noch nicht mal oh oh naja oh 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 komm erst mal zurück erst mal zurück 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 weg ah nein weg hier weg hier weg hier weg hier naja ich muss weg schweiß ihm das ding da auf den schädel aua so jetzt hau ich dir erstmal eine beule in den wachsack du hast mich gerade beschmissen aber so nicht nur kommt schon ihr schlappen fecke so ab hin da zu der keule jawoll schön die jawoll team scheitel oh 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 weg hier weg hier weg hier weg hier weg hier aua scheiße das klingt schon wieder gut an weg 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 komm 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 hau ihm doch die Scheiben sauberen so ist brav komm jetzt hau mir doch nach Maul da 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 so ja mein Freund hier bin ich noch gar nicht fertig nein die großen müssen weg oh wer ist weg 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 nicht so wahnsinn der braucht nicht mehr hier halt jawoll der ist schon mal weg der ist auch weg Moment da müssen wir jetzt hin weg halt nein nein euch beiden kann ich jetzt nicht klatsch weg damit jawoll doch komm ran hier großer So, du bist doch jetzt auch weg von Wendlach. Da meine Wette mit. Jawoll. Und Schiss. Puh. Gut gemacht, Batman. Du verdienst einen Preis. Dein alter Alter-Kommissioner Gott. Oh, oh. Also, er sieht ganz schön runtergekommen aus. Die sollten wir aufpeppen. Einen Durchhänger, Alter. Oh, oh. Ach, du Scheiße. Jetzt geht das los. Jawoll. Gib dich hin. Alter, guck dir da mal. Oh, jetzt geht's los. Jetzt habt ihr gleich viel Spaß, Kinder. Du widersetz dich der Veränderung. Das ist nicht ernst. Komm schon, gib auf. Bonn. Willst du mit harten Bandagen kämpfen, Batman? Ja? Deine Sache. Kitzel, kitzel. Du ruinierst mir meinen großen Abend. Du hast nun nach der Planung zunichte gemacht. Ich wollte doch nur deine grimmige Maske runterreißen. Und dich noch einmal die Welt sehen lassen, wie sie ist. Während du blutend in einer Ecke vor dich hinkickerst. Aber sogar das hast du mir verwehrt. Ich habe nichts, wofür ich lebe. Oh, du Scheiße. Na super. Jetzt kriegen wir einen Joker. Ihr Personal unterliegt der Gewalt der randalierenden Insassen. Vor zehn Minuten haben wir diese aufgezeichnete Nachricht erhalten. Schöne Grüße, Gotham. Hier ist Joker. Arkham gehört mir. Wann schon werde ich dem unsagbaren Wahnsinn auf den Straßen Gothams frei laufen lassen. Aber richtet eure Augen zuerst auf die Hauptsticher und werde Zeuge der endgültigen zerstörten und des geliebten dunklen Alters. Wir haben den Turm- und Kreiszeit. Was sie darf, Joker, für seine Aktion durch. Ach du Scheiße. Ja, hervorragend. Finde ich das. Ja, tolle Wurst. Batman ist jetzt nur noch ein Mittelsinger von Joker. Ja. Ja, wahrscheinlich. Oh oh. Komm, steh auf. Oh Mann. Oh Mann. Das ist doch unfair. Naja. Du weißt, du willst es. Niemals. Du hast das Gegenmittel an dich selbst verschwendet? Na, das ist doch mal witzig. Mhm. Sehr witzig. Aber du hast mir trotzdem den Spaß verdrungen. Dafür werde ich Arke mit deinem Blut bemalen. Let's get ready to tango. Mhm. Ein Ligen bringt dich nicht zu. Au, komm da weg, komm da weg, komm da weg. Wo bist du hin? Entschuldige mich, Berts. Nein, nein. Kommt rein, Jungs. Ich hab ihn schon für euch weichgekommen. Ach so, okay. Ich guck mal, wie das jetzt hier so... Aua, wirt, wollte ich gerade sagen, aber... Und, Greenrichter, wie ging die Runde ihrer Mann flach aus? Was? Wessen sie lauter? Hahaha. Au! Komm weg, komm weg, komm weg. Jawoll. Im Leben nicht, mein Freund. Und du auch nicht. So, dann lassen wir die jetzt mal machen. Kannst du den mal da? Das gilt nicht. Oh, scheiße. Schauen wir da? Nein, hast du nicht. Hahaha. Ja, ha, 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 ha. Alles okay, komm weg. Alles okay, komm weg. Ja, ha, 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 ha. Warte, ich komme. Hahaha, das glaubst du und ich nicht. Ich mach dich. Du machst gar nichts, machst du. So, mein Freund, jetzt kommst du mal hier runter, ne Runde. Jawoll. So schaut's doch aus. Komm schnell hin und hau ihn richtig vor die Fresse. Yes. Zeig mir deine besten Schläge, Bats. Bin ich gerade dabei. Na nein. Aha. Ne, will doch nicht. Nein, das hatten wir doch schon die ganze Zeit hier. Ich glaube, es gibt eine Einspiegelentscheidung, dass ich der Größte bin. Und du wirst, ne? Ja, ha, ha, ha. Ist das alles, was du kannst? Aua, ist das alles von ihr könnt? Nein, nein. Aua, ha, 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 ich rede da auch noch genau rein. Ich gebe dir was für die Morgennachrichten, Gotham. Alles okay, Puppel? Alles super. Ich finde alles klasse. Ich werde dich auf Gotham zumarschieren von deiner Armee von brutalen Monstern umgeben. Das hält mich nicht auf. Nein. Aber es macht mich langsamer. Ja, mein Freund. Im Leben nicht, glaube ich mir. Im Leben nicht. Ja. Bin ich ein Trottel, ey. So. Und jetzt. Komm mal runter. Ja. Du machst mich an die Stadt wenden. Und Rindrichter, wie ging die Runde Ihrer Meinung nach aus? Was? Die sprechen Sie lauter. Du machst gar nichts, mein Freund. Gleiches ist es, Herr Junge. Sitzt dir sehr gut. Und du? Aua. Das war nicht so prickelnd. Weg. Weg. Ich gebe dir was für die Morgennachrichten, Gotham. Ich gebe dir was für die nächste Woche Nachrichten. Ich gebe dir was für die Morgennachrichten. Du bist doch, Batman. Ja, und du jetzt. Auch du Kasper. So, komm mal her, Joker. Und das war deine letzte Aktion, du Sackgänger. Aber Soatron, jawohl. Brutzeln. Brutzeln ist 2000 Jahre. Ich kann's vertragen. Ich kann alles einstecken, was du austeilst. Bats, du kannst mich nicht besiegen. Ich werde gewinnen. Bereit zur nächsten Runde? Immer. Was? Ich werde dich niemals gewinnen lassen. Niemals. Linge, linge, linge. Ho, 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 ho. Der muss doch jetzt ein Auge haben, so groß wie ein Hochhaus, ey. Oh ja, das wird etwas länger dauern, mit der Hand, mit der Hand. Oh ja. So. Jetzt müsste das doch eigentlich getan sein, ne? Ja, ja. Nein, nein, ich kann mich nicht mehr hundertprozentig erinnern. Das GCPD kontrolliert endlich die Anstalt. Die Ärzte behandeln die Verletzten, aber so wie es aussieht, dauert das. Alle Superverbrecher sind wieder in Haft. Ach, da drin herrschen ganz schönes Chaos. Und die durch das Venom verändernden Insassen werden wieder normal. Obwohl für manche der Prozess schmerzhaft ist. Und Dad, wie geht's dir? Ich überlebe's. Wir sehen uns heute Nacht, Barbara. Blöde Sache, das mit deinem Auto. Kann ich dich mitnehmen? Danke, Jim. Ich komme alleine, klar. Ruhe dich aus. Du verdienst es. Na prima. Sei vorsichtig, Jim. Mmh. Mmh. Lecker. Ja. Oh. Yes. Ja, stimmt. Okay. Jetzt bin ich wieder voll im Bilde. Es war's. Also, ja. Das Spiel war geil. Das Spiel war aufregend. Ein bisschen Lähm zwischendurch beim Sammeln. Ja, aber das gehört zu den Spielen. Nur bei dem Spiel ist das ja wirklich so klein. Und dann versuche ich mal alles unter einen Hut zu kriegen. Aber das hat hier nicht funktioniert. Das hätte ich mir da nie gern verschieben können. Aber ich habe es nicht getan. Also, ähm. Also. Freunde. Hm. Ich, ähm. Den Abspann lasse ich jetzt nicht komplett nachlassen. Aber das nächste Spiel, was kommen wird, ist entweder, ähm. Ähm. Äh. Arkham City. Und danach Origins. Oder erst Origins. Und dann City. Weiß ich noch nicht genau. Ja. Und danach habe ich auch weitere Spiele. Also, ich habe mich mal stark gemacht für euch. Und, äh. Ja. Es werden einige kommen. Und, äh. Ja. Ich würde sagen, ich danke euch recht herzlich, dass ihr so zugeschaut habt bei mir. Aber absolut hammermäßig. Und, äh. Ich hoffe, beim nächsten Projekt, äh, seid ihr genauso zahlreich da. Und, äh. Ja. Ich würde sagen, das waren meine letzten Worte hier. Und, äh. Ich bleibe euer Exodia Black. Und, äh. Ja. Wir sehen uns auf jeden Fall in dem nächsten Game. Bye, bye. .